okay fangen wir mal an mit dem einfügen von texten wichtig ist hier dass hier dieser diese fehlermeldung dass hier keine auftaucht also man hat hier einen grünen punkt wenn in diesem dokument irgendwas nicht passt dann wird dieser punkt rot und daneben steht auch entsprechend was genau nicht stimmt also bis am besten nicht am ende des arkt der arbeit kontrollieren sondern immer schauen ist dieser punkt hier grün soweit man text hier einfügen möchte man nimmt einfach diese text datei das kann ein normales word dokument sein ich mache mal dieses word dokument kurz auf das ist einfach so ein blind text ich habe auch will auch zeigen wie das mit den formatierungen aussieht manche kollegen bringen unformatierten text bei manchen sind formatierungen drin andere schriftarten schriftgrößen und das wollen wir jetzt hier entsprechend einfügen ich nehme also mit der maus diese datei ziehe die nach unten und jetzt sieht man der cursor hat sich entsprechend verändert und jetzt kann ich hier ein fenster aufziehen man sieht hier auch schon diese fang funktion ist extra dafür da dass man hier nicht entsprechend hin wackeln muss und der die text breite also die breite der text felder immer manuell eingeben muss sondern man hat hier immer eine auswahl möchte ich den über die ganze seite oder hier entsprechend zwei drittel oder vielleicht den text in spalten haben dann kann ich das entsprechend mit dieser fang funktion sehr leicht umsetzen so wenn ich jetzt meine linke maustaste loslasse dann sieht man hier diesen eingefügten text und ich habe hier auch gleich schon eine fehlermeldung weil die textmenge und der textrahmen das passt hier nicht zusammen hier ist noch text versteckt ich kann dem begegnen indem ich einfach das feld größer mache jetzt ist dieser punkt grün wenn ich aber sage nö da unten kommen ja bilder hin dann habe ich hier wieder diese fehlermeldung ich kann dann folgendes machen hier ist ein plus wenn ich hier drauf klicke dann sehe ich wieder den cursor sowie vorher und kann den text entsprechend weiter einfügen so dann nochmal man sieht hier eine blaue linie und diese lila linien man hat auch die möglichkeit zu sagen okay ich nehme hier diesen text und dann klicke ich hier in diesen bereich und dann öffnet sich automatisch in diesen dienen bereich ein 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 textfeld mit diesem text kann das auch entsprechend noch etwas verschieben und wieder hier mit dem plus kann ich das auch hier drauf klicken kann das auch noch etwas nach oben schieben und ja die textmenge ist ist dann doch so viel dass wir dann drei spalten brauchen so dass wir die dritte spalte und dann haben wir den kompletten text hier drinnen